Willkommen bei Raft einer neuen Folge mit MeyersTV, Bionalo ist abwesend, denn es ist schon etwas spät für Bionalo, sie ist fix und fertig und dementsprechend braucht sie für heute mal ihre Ruhe. Gut, ich widme mich weiter dem Holzabbau, jetzt werden nämlich die ganzen Bäume hier klein gemacht, erst mal auf der Insel, zwei Tiere habe ich schon gefangen, ich bin an einem wirklich ziemlich beschissenen Ort mit meinem Schiff, aber gut, ich kann es nicht ändern, es ist nun mal so. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich jetzt recht komme, dann gehe ich jetzt erstmal hier hoch, baue hier oben alles ab, vielleicht treffe ich ja noch eine Sau. So, ich kann doch nicht mal richtig mehr springen, ja. Gut, weil Holz brauche ich ja wirklich. Komm ich hier irgendwie hoch? Hm. Shit, ich dachte ich könnte da hoch. Weil hier kommt die Sauere an, wenn ich es angreife, das ist so, das ist eine Einladung. Hier komme ich nicht hoch, wa? Eigentlich müsste es gehen. Hm. Gut, dann kannst du mal versuchen mit der Sau. So. Oh, ist doch cool, kommt ja nicht hoch die Sau. So. Aber die verträgt aber auch ein paar Pfeile, wa? So. Und jetzt runter. Ich muss schauen, dass ich mir die Pfeile mal gleich zurücknehme. Also die Pfeile, wie gesagt, die gehen verloren. Wenn ihr die... Dann, ähm, lieber gleich zurückholen. Ich möchte auch den Kopf haben. Dankeschön. So, die Sau ist weg. Das ist schön. Jetzt kann es an die Bäume weitergehen. Das Vieh hat mich genervt. Ich dachte mir weh ich. Gut. Bäumchen. Von hier aus kam ich ja. Können wir mal hier hinten lang gehen. Vielleicht sehe ich ja hier was. Okay, es war nichts gewesen. Vielleicht hier lang. Sag mal, kommt mir das vor? Da werden die Hände noch mal kleiner. Aber da kenne ich die aber nur so gut. Dass die mir nicht mehr so groß vorkommt. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, die Insel ist größer. Hier war doch was, oder? Hm. Keine Ahnung. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas gesehen. Auf jeden Fall ist er vorgedacht. Den werde ich aber nicht erreichen. Dazu brauchen wir eine sehr gute Anhöhe. Ist hier irgendwas? Nö. Nö, auch nicht. So schade. Zumindest viele Blumen hat die Insel, aber ich habe kein Inventar mehr dafür. Ich glaube auf der Insel war auch nur eine Sau. Glaube ich zumindest. Ich kann ja mal auf der anderen Seite langschwimmen hier. Mal langlaufen, besser gesagt. Hier geht es auch noch lang. Hier geht es auch noch lang. Stimmt. Das war die Stelle von oben. Das war da eine Baum. Da sind auch noch welche. Aber ich glaube da war ich voll gewesen. Deswegen konnte ich die auch nicht mehr mitnehmen. Deshalb fände ich mich noch an die letzte Folge erinnern. Die Sau ist weg. Ist nur noch der Vogel da. Die Tiere sind eingefangen. Der Dreck ist weg. Im Endeffekt heißt es nur noch Sachen entleeren. Blumen mitnehmen. Die ich finde. Und Ja, ich speichere es automatisch. Der ist immer ganz praktisch. Wenn es irgendwas passiert, geht auf jeden Fall nicht verloren. Okay. Dann geht das mal wieder zurück. So. Sauerstofffleisch in Ordnung. Aber man sieht hier unten gerade nicht. Ja, weil es dunkel ist. Gute Rohstoffe sind schon in Ordnung. Boah, jetzt kommt das Schwarze nichts. Jetzt muss ich hoch. Und ich glaube ich sollte meine Nacht übernachten jetzt hier. Damit wieder hell wird. Gut. Was trinken. Die Samen schmeiße ich gleich raus hier unten. Ich glaube ich werde die komplette Baumfarm dann von oben runter holen. Weil warum solchen oben Baumsamen haben und unten Baumsamen haben, ist das Sprachsinn. Es ist nur vermehrte Arbeit. Das kommt alles runter. Aber erstmal mache ich ein Nickerchen. So. Auslernen könnte ich mich schon mal. Jo, hier. Do. So. Gut. So verschwendet man sein Holz aber auch hier. Nicht mal da, wa? Okay. Dann ist das hier. Das kann jetzt hier rein. Der Schweinekopf. Ich brauche auf jeden Fall für das da. Das da. Das da. Eins, zwei, drei. Drei solche Nägel. Dann brauche ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Herstellen einmal. Das Schwein kommt auch runter. Die olle Sau. Du kommst hier rein. Rein, rein. Gibt es hier noch Zeug, was hier weg kann? Zum Beispiel das hier. Die Sau kommt an die Wand. Das kommt runter. So. Seile. Wo sind sie denn da? Die Seile packe ich vorne hin und dann So, Maus. Machst du mal, was ich möchte? So. Gut. Dann habe ich hier schon einiges. Ist es sowas hier? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ja, richtig. Habe ich richtig gemacht. Gut. Der Bär. Irgendwann verfolgen die geniale. Also Bär. 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 Wildschwein. 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 Ein Vogel. Ja, jetzt muss der Vogel wieder ran. Aber. Das mache ich in der nächsten Folge. Ich wette, lass mal eine Runde schlafen. Denn. Ja, es ist dunkel. Seht ihr ja. Bis dann noch viel Spaß. Und Tschüss. Tschüss.